Ja, Kranzbierbaum und Hallerstauden, ja sag einmal, spielst du jetzt du, was hast du jetzt schon wieder angestellt? Hing mich, Haku, Zackramin, ach, gehst dann schmeißst du mir die ganzen Dachbalken um und jetzt ist das da. Ja, sag einmal, hast du das Schildl nicht gesehen? Ist dir zu klein geschrieben, hä? Hast du das nicht gesehen? Grad, gestrichen, nicht, anklangen. So ist größer Schreibersschildl, oder? Oder kannst du nicht lesen? Chef! Was ist? Die Frau kann kein Bayerisch. Was? Du kannst kein Bayerisch? Und ich, depp, hab das die ganzen Jahre nicht gemerkt. Das gibt's ja nicht. Über 70 Millionen Menschen in Deutschland können kein Bayerisch. Wir helfen, euren Telefonnissen. Da müssen wir was machen. Komm, sag einmal, der hat sich wert. Schrecklich, nicht, doch. Lohntayisch.